Und ein Lichtfahrt war das für Lifesion, der junge Lifesion, der sich sofort in die Suchung setzt vor seinem Stallgefährten Newcomer, der auch schon langsam, langsam in die Jahre kommt. Und ein super schöner Lauf, jetzt kommt Newcomer auf, wie wir von ihm gewohnt sind, aber es ist der junge Lifesion für Newcomer. Bis zum nächsten Mal.